Viele Gäste sind nur schon eingetroffen, viele Autos sind schon hier, wunderbare Fahrzeuge und es werden heute bei diesem wunderbaren Meter sicher noch viele, viele Fahrzeuge dazukommen. Es ist für Heuer ein ganz besonderes Fest, nämlich zehn Jahre Bruch deiner Freundschaft und das zehn Jahre späterverein gegründet worden. Das ist gut, dass er rauskommt oder was? Ja, nein, nein. Ich sage, er läuft wirklich schneller als Alperklamm. Ja, sehr gerne. Ja, das ist eine gewisse Tour-Live-Fahrzeuge, die man sich nicht jeden Tag in die Sicht bekommt, dass es für Sie seine Augenweite, die die Fahrzeuge anzuschauen. Danke, Chef. Genau. Ich bin gut, aber der Kirche hat mich jetzt jemanden, die hier sind genau, wie gegründet worden. Ich bin hier mit der Kirche, das war der Kirche. Ja, das ist eine große Rolle. Ja, ich bin auch. Naja, ich bin hier mit der Kirche. Ich bin hier mit dem Stock. Aus dem, werfen wir mit ihr, habe ich mich auf den Kirche nachmitteln. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.